ARD Text im Auftrag von Funk Ich spiele Heute Fußball Match auf Mome. Auf Momeeeel Drei Matches, wenn ihr ne vier Matches gewinnt, euch gewinnt Ja! Kannst du einmal mit schneiden? Ja, okay Ich brauche natürlich Reiner Oh du bist so ein Spass-Komanier Ole, 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 ole Geh doch raus Ole, ole, ole Geh doch raus FC Jordan, Stern des Westens Meine Oma, Mark ist saftig Tchaalalalalalala Tchaalalalala Ja 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 da kannst bei uns holen ja ich bin der tornado match warte guck mal das match fängt jetzt an ey wir sollen auch mal grüßen Ihr habt euch gewünscht, wir bringen es zur Realität, zu Realitismus. Okay, Friends, wir fangen jetzt an, Alter! So, let's go! Warte mal, Juro, warum haben wir so ne kacke Tabasco getrunken, ja? Freunde, danke für den Support! Tchalalalalalalalalala! So, wir fangen jetzt an, Alter! Okay, 3, 2, 1... Nicht einfach schießen! Oha, Alter! Ey! Alter, es tut doch weh! Ah, du Spastil! Ah! Alter, das ist doch... Ey! Tchalalalalala! Tchot, Tchot, Tchot! Das tut mehr weh als Lego, oder geht das, ja? Ich schwöre! Ah, ich schwöre, das ist nicht gut! Ja! Alter, was ist das? Alter, Komo ist da, ja? Ich glaub, ich weiß, was die Lösung ist, ja? Was denn? Eine Sekunde! Ha! Oder, geht das? Ja! Ey, wir haben eine neue Idee, chill mal jetzt! Jetzt! Ey, mit Schuhen rutscht mal aus! Oha! Jetzt rutscht man aus mit Schuhen! Was ist das für ein Spiel, ja? Boah, der Ball rutscht doch nicht! Alter, warum sind wir mal rutscht? Alter, ja! Boah! Jena, was spruchst du? Ja! Ich spruch! Ah! Bruder, Bruder, Bruder! Ich bin runtergefallen! Bruder, Bruder, du Spasti! Ich bin runtergefallen! Ah, fu- Oh mein Gott! 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 Captain Jack Sparrow, gib mir einfach deine Arme! Was denn? Bruder, 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 fuck! Was denn? Oh mein Gott! Was denn? Jena! Ich frag dich ohne, was denn, Junge? Oh mein Gott! Wie dick das sofort geworden ist! Oha. Ah, ja, was machst du denn da? Wann halst du so raus? Du bist so am Rutschkopf, Alter, ja? Aua. Nein. Was? Nein! Pack die Scheißmurmeln jetzt weg, ja? Bist du doof? Was bist du doof? Pack die Murmeln weg. Ich hau die Geist aller Einzel kaputt. Bist du doof? Bist du doof? Hau die Murmeln weg. Du bist doof. Hau die Murmeln weg, Sammy. Ja, okay. Komm mal her. Freunde, 4-1, es geht weiter. Rollen nicht rum. Ja, dann bleib du halt gerade abnehmen. Ja, ist egal, ist egal. Der Punkt geht an dich. JA! Was ist los? Freunde, ich mache ein neues Match. Womit? Erstes Match geht an mich. Ich weiß womit wir das machen. Mit einem Luftballon. Was machst du? Komm weg weg! Was bringen die im Tor da? Die haue ich mir gleich die Birne da kaputt. Wir spielen einfach. Was? Was? Bruder, ich bitte dich, ja? Ich schwör auf alles. Deine Hand ist doch okay. Machst du deine Oma? Machst du deine Oma? Mach die Murmeln weg. Ja, mach du doch auch mal, dein Herz ist doch jetzt. Ja, ja, ich mach doch, ich mach doch, okay? Ja, mach doch. Ja, mach doch. Let's go, Party beginne. Was machst du denn? Ey, wir beide aber runterkommen, Junge. Ja, so ein Pitballer! Ja, ganz klar. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Alter, das geht doch nicht. Was ist das? Was machen wir hier gerade, ja? Komm. Alter. Oh, komm. Ja! Ja! Brusthaare! Aller feinsten Schritt, Alter! Okay? Mit dir zu spielen macht keinen Spaß. Du bist einfach nass, Bruder. Ich bin der nasse Ochse! Du bist nass! Was? Was ist da los?! Wie was da los?! Was ist los?! Spucke nicht! Ich lasse, ich spucke nicht! Ah! Ah! Hä? Hä? Elf Meter! Übertreib doch nicht! Elf Meter! Nein! Jo, du übertreibst ja! Was ist das? Wo hast du zwei Ballkontakte gehabt? Oh, der dicke Michi, komm her! Hey, hey, hey! Kamera wieder aus, ja? Freunde, wir müssen wieder zwei Minuten warten. Seid ihr dabei oder nicht? Wir sind einfach fast sieben Tonnen Zuschauer mit schwarzem Bildschirm. Ho, 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 ho! Drei! Zwei! Eins! Hä? Du bist das! Du bist das! Ich höre, du bist das! Ich höre, du bist das! Ich bin der Mistiker, Manni! Z failed! Zzaaaoom! Was ist das los?! Was ist das los?! Guck mal... Stopp! Stopp! Nein! Stopp! Komm mal her! Drei, zwei, eins! una... Stopp! Ich hab nichts gemacht! Nein, nein, nein! Davas justu bin mir im Publikum in Hause! Die a a a a a a a a?". Das brennt! Meine Fuck brennt! Nein, nein, nein! Drei, zwei, neun! Ey! Ey! Stopp! Ey! Alter, Bruder! Du bist nass! Ich bin nass! Ich will! Ah! Jetzt reißt du doch! Alter, es reicht doch mit dir, ja? Ah! Okay! Es reicht doch! Alter! Ja! 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 Ich geb dir den Punkt. Weißt du, aber ich bin ein netter Mensch. Ich bin geboren, nett zu sein. Und mein Gott von mir hat mir das so beigebracht. Deswegen bin ich jetzt nett und ich geb dir den Punkt. Okay? So! 1 zu 1! Wir spielen jetzt das Finale, okay? Was denn? Was spielen wir jetzt? Wir haben gesagt, jede Runde was Neues. Ja, vielleicht damals? Dann machen wir jetzt eine schöne Partie. Dann komm mal her, lass mal blind suchen! Ey, Kollege! Ich bin jetzt ein netter Mensch! Okay! Oh! 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 So, bis 5 Finale Ohohoho 3, 2, 1 Warte Ich hab noch nichts gegen Ball, Junge Was suchst du denn? Ja, das war schnell Ey, wo ist denn? Der Ball Echt? Ich hab ein Knall Rotes Gummiboot Vor der Dreh, vor der Dreh Ey, vor der Dreh Bitte, bitte, Mann Was ist das? Chill mal, chill mal, okay? Wie ist denn, Manni? DESPACITO! Oh mein Gott! 3, 2, 1 Warte, drin Der schießt noch an, der schießt dich auch Was los? Robo, zieh doch nicht, ja Robo, zieh doch nicht, Mann Komm mal her, komm mal her Nein Stopp! Ey, mein, ey, tut ein Nein, 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 nein Komm, spiel jetzt Nein, Alter, was hast du gemacht, ja? Ja, spiel jetzt, spiel jetzt Ey, was hat der gemacht, ja? Spiel einfach Was? Der Pissloch, ja? Das puckt doch nicht! Jordan seiner Jordan seiner Ahhhh Was behörst dich mal? Was? Was ist das? Was ist das mit dir? Ey, 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 tschül doch mal! Was machst du? Was machst du? Ja, Bruder Ja, Bruder Tschül Jaaaa Ja, komm mal her Komm mal her Komm mal her Geh jetzt raus, geh raus Geh raus Geh raus Alter Alles tut weh mit Murmeln, ja? Ich kann das mental einfach nicht mehr Ja, die Bisskamera ist aus, Alter Soll ich mal hier eben was Saltos machen? Leute, wir müssen wieder 2 Minuten warten, bevor ich hier alles kaputt zämmer, ja? Ja Freunde Ja, willst du halt einragen? Alter, deine Kappe, Mann, das ist einfach zu eins geworden, hier kann ich auch den Deckel nehmen, ja? Guck mal, wie das aussieht, bitte, ja? Komm her! Ich bin heiß! Du hab doch gesagt, ich mach Spaß! Aber ich bin heiß! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Warte, ich hab da mal dran Danke dir Der beste Mann, Grüße aus der Schweiz Grüße aus der Schweiz! Grüße aus der Schweiz! Hä? Jordan Was? Jordan Was, da hast du rausgefallen? Boah, ja! Ich hab gesagt, ich komm zurück wie die Leandertaler Was? Warte, schau mal hier, am kleinen grünen Dreieck, denn da komm ich her! Das ist ein kleinen grünen Dreieck! Ja, Bruder, guck doch mal erstmal nach dem Ball, bevor du mich hier befummeln! Schau doch mal! So, es geht doch mal! Arhhh! Ach! Ah! Ah! Jetzt hau das Ding kaputt! Ey, Basketball! EY! Was das denn?! Ey, er hat Basketball! Alles in meinen Augen! Ey! Bruder, guck mal, geh raus! Freunde, wir haben keinen Decken mehr, was ist da oben drin? Sag mal! Du musst auch deinen Schädel weg machen, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, Freunde Finale, jetzt bitte, war der drin, chill mal chill mal, war der drin, chill doch mal, der war nicht verarschend, der war auch drin, der war verarschend, woher willst du das, du warst doch blind, hä, 3, 2, 1, Geh, ich wiederhole mich dreimal, geh, geh Sammy, ich hab's dir gesagt, ich will dir nicht, ich will dir nicht, ich will dir nicht, ich bin auf die Sperre jetzt gekommen, um nicht zu lügen, ich kann das nicht mehr, komm, lass uns das sogar kaputt, ist dir alles gut, dein scheiß Schädel, Geht's dir gut, Alter, warum soll ich mir Gedanken über mein Leben machen, mach du mal Gedanken über dein Leben machen, du brichst Schule ab, Alter, das ist doch, was du machst, boah, das ist nicht mehr normal, alles muss Sammy hier machen, alles muss Sammy hier machen, immer muss Sammy alles sagen, ja, danke für die 3 Euro, damit deine scheiß behinderten Augen einmal aufgehen, Alter, was soll, was soll die aufgehen, die sind auf, die sind auf, die sind auf, die sind tot, guck mir in die Augen, wie ich mit dir rede, 3, 2, 1, 1, ha! Waterton! Alle, alle! Only ils der Sieger, denn jedes Mal auf neue Jahr, weißt du, nass ich immer w defendant, ich bin der Besten! Ich kann das nicht mehr! Soll' ich auf die dickeren figures machen! Hasan, muss ich nicht tun dabei, ich bin der beste auf dich! Ich mach gleich los, es ist hier klappt Was ist los? Komm mal her! Wer ist hier im Revier? Wer ist im Revier? Wer ist im Revier? Wer ist im Revier? Bist du tot? Was? Komm her! Ich hol mein Mikrofon und bin als Kind, Alter! Ich will nicht mehr, ja? Hier, Mikrofon! Unzähl, du spielst, du machst einfach deine Maske mitten im Spiel! Halt deine Kappe, man! Geschickt die Rechte dein scheiß Leben! Jaaaa! Mann, was ist das? Ey Freunde, guck mal, ich will jetzt kurz den Klapp halten Wir haben hier von gestern noch ekelige Tränke Ey, hör mal ab, ich schwör auf meine Mutter Ich schwör, ich mach die ganze Maggi Fleisch auf deinen Kopf Hör ab! Warum Maggi? Hör ab! Das ist mein Stuhl! Guck mal, spuckst du noch einmal, ja? Ich spucke nicht! Was machst du denn? Rote Beete! Können wir eine Abstimmung machen? Ja, ja! Rote Beete! Maggi! Zitron! Jalapeno! Olivenöl! Sauerkraut! Bruder, ich schwör, mein Vater hat mich schon siebenmal gehauen Bruder, warum übertreibst du noch, ja? Weißt du, wie viel das gleich alles ist, Junge? So! Er schummelt! Egal, Freunde! Jalapenos! Ihr wisst ganz genau, dass... Ich rede gerade! Ihr wisst ganz genau, dass wir bald FIFA um A9 spielen! Und ich wette mit euch, ich werde es gewinnen! Und Bruder... Sag Stopp! Stopp! Ja, dann sag doch Stopp! Bruder, das ist alles so wenig und das ist gleich eine Menge, Bruder! Sag mal ehrlich, tippst du bei dir zu Hause gut? Kriegst du Essen? Kriegst du Essen? Nein! Bruder, ich trink das nicht, wenn du weiter machst! Guck mal, wie viel das ist, Bruder, wie soll ich das trinken? Boah, Junge, du machst immer so n Dichs, dann trink doch einfach den Scheißsauss und fertig ist das, Mann! Ich hab ein bisschen Angst, ja? Ah, ja, L-Stream! Ja, am Freitag, Bruder! Der ganze Stuhl ist auch am Arsch! Ja, ich brauch auch noch n Stuhl! DU BIS FETT! 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 Oh ja, mit dir Bestrafung zu machen, macht einfach keinen Sinn, ja? Fass mich nicht, tatsch mich nicht an mit deinen Tatschfingern, Junge! DU BIS FETT! DU BIS FETT! TAURUS FETT! TAURUS FETT! TAURUS FETT! Ich bin ein Star Wars Mitarbeiter gewesen! Damals in den 90ern, hab ich bei Star Wars mitgespielt! Und weißt du woher du das weißt? Denn ich bin dein Vater! Freunde, bei Leben-Winkels legen Sie Arzt und Packungsbeilagen und lesen Sie Arzt und Apotheker. Jetzt live im Handel. Bitte. Alle zusammen. Was? Das tatscht mich schon mit deinen Tatschfingern. Das soll ich extra machen. Dann spuck doch. Geh doch einfach die Richtung. Ich bin doch okay. Was ist los mit dem Jordan? Ich hoffe, meine Mutter nicht. Diesen Samstag machen wir einen Mini-Submarathon. Darauf nochmal. Tapasco zu mir gehen. Tapasco. Alle Soldaten, die noch da sind, putzsch jetzt in die Ehe. Alle Ende mit. Für meine Hormatik, keiner. Alle in Herzen in China. Ich habe das war's. Ich hoffe. Dann behavior verbessert. Jetzt meistens zu auf und stehen. Nie wie ich da. Sagen Danke für die Zeit.